Freie Straßen und wenig Verkehr auf Deutschlands Autobahnen. Auch wenn in Sachsen-Anhalt und im Saarland die Weihnachtsferien beginnen, große und lange Staus gibt es noch nicht. Anders die Situation auf den Zufahrtsstraßen der Städte. Am vierten Adventswochenende geht es hier noch einmal rund. Lediglich auf folgenden Autobahnen können Baustellen für Behinderungen sorgen. Auf der A1 Köln bis Bremen, der A2 Dortmund bis Hannover und auf dem Berliner Ring. Ebenso betroffen ist die A7 von Ulm bis Flensburg und die A9 Halle Leipzig bis Berlin. Immer wieder zu Stop & Go kommt es auf der A3 Würzburg bis Oberhausen und auf der A8 Stuttgart bis München. Auf den Autobahnen der Nachbarländer wird es ebenfalls weitgehend störungsfrei zugehen. Auch die Straßen in die Skigebiete sind noch nicht allzu voll. Wegen der vor allem nachts oft glatten Straßen sollten Sie besonders vorsichtig unterwegs sein. Fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit, halten Sie ausreichend Abstand und vermeiden Sie plötzliches Abbremsen. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.